Brauchst du die NG-Amo? Nee, hier Ich hab eben eine NG-Amo, brauchst du die gar nicht? Ja Hauptsache, mitnehmen Ich muss mir sagen, dass es hier niemand ist Kannst du? Achso, warte mal Ich will dich heute Abend kennen, aber ich als ersten Samstag Kanven nehmen Ist schön Ist mir aufgefallen, dass ich dich zwinge, dass du mit mir spielst, damit ich jemanden habe, an dem ich reden kann Was, wenn ich einfach aufhört zu reden? Hörsch auf Ja, was machst du jetzt? Hm Was machst du jetzt, hä? Ähh Äh Die Behinderten Steht da ne Bong? Das sah grad ultra aus wie eine Jieaa Dicke, guck mal ich komm von hier Slider so rüber, Junge Sieht da wo uswind, ne Bong Edanner ja die leute hat die bonn aber absolut genutzt der leute hat aber einen ganz großen bonken gehabt ich bin der frankfurter von uns beiden muss man muss man klippen auf den flow schicken davon ist das ne bonn warte komm mal wollen wir mal nachstellen warte ganz kurz